Na zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und schaff ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar durch euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns hier aus Torgast spielen können. Und zwar bin ich einmal hier schon im Torgast drin und hab den Endboss umgeboxt. Und hier haben wir einen Toy, das 50 Kiste mit rasselnden Ketten. Dieses können wir von den ganzen Endbossen in Torgast bekommen. Und soweit ich das weiß, gibt es das nur auf den Layern 9 bis 12. Beziehungsweise wenn Blizzard irgendwann mal noch höhere einfügt, vermute ich mal, dass es auch in den höheren Layern droppen kann. Hier zu den Dropchancen sind die noch relativ gering bei WoW Head angegeben. Ihr seht, die sind alle im 0, irgendwas Bereich. Mag aber vielleicht auch daran liegen, dass es diese ganzen Bosse ja schon vor 9.1 gab. Und dementsprechend, bevor das Toy ins Spiel kam, auch schon einige Kills drauf waren. Deswegen sind die Dropchancen ein bisschen niedriger, als sie wahrscheinlich eigentlich sind. Wahrscheinlich liegt die Dropchancen irgendwo zwischen 0,5 und 1 Prozent, würde ich jetzt mal schätzen. Hier sind wir halt jetzt hier im 0,2 Prozent Bereich, was es auf WoW Head anzeigt. Ich habe einige Torgastruns gemacht, habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr mit dem Toy gehofft. Und habe es jetzt hier random rausbekommen. Ihr müsst auch nicht eure Punkte hier hochballern. Also ihr müsst nicht ins Adamantit-Gewölbe, sondern ihr bekommt es von dem Boss, den man am Ende quasi vom Layer 9 bis 12 Bossen bekommt. Heißt, ihr könnt auch theoretisch Layer 9 Speedruns machen. Einfach immer bis zum Endboss durchhatschen, ihn umboxen, schauen, ob das Toy drin ist, wieder raus und quasi nochmal rein. Also da gibt es auch kein Lockout. Das kann bei jedem Run im Endeffekt droppen. Ich würde sagen, warte mal, das machen wir mal zu. Klicken wir es mal an und schauen mal, was es macht. Kiste mit rasselnden Ketten entfesselt den Minigrew. Ah, nicht den Terragrew, sondern den Minigrew, der einige Spielzeuge in der Nähe zerstören wird. Okay, hat 30 Minuten Abklingzeit. Wir lernen das einmal. Und dazu würde ich sagen, stellen wir jetzt mal ein anderes Spielzeug auf. Da gibt es doch dieses Spielzeug-Set, was immer sehr nervig ist. Ihr kennt es vielleicht hier. Diese kleine Modelleisenbahn quasi. Da haben wir sie. Und jetzt schauen wir mal, ob mein Minigrew diese Modelleisenbahn kaputt macht. Ich habe die jetzt ein bisschen blöd aufgestellt. Die ist jetzt so halb in der Textur drin. Aber man kann sie, glaube ich, erkennen. Also hier haben wir diese kleine Ding. Und dann haben wir hier den... Achso, nee, das Ding heißt Minigrew. Aber das heißt ja Kiste mit rasselnden Ketten. Genau, da haben wir sie. Da kommt der Minigrew. Und jetzt geht er auf die Eisenbahn los, zerschmetter sie und sie ist weg. Also eigentlich eine ganz praktische Sache. Wenn mal wieder einer im Raid oder im BG irgendein nerviges Toy aufstellt, das einen Haufen Sounds macht, wie unter anderem diese Eisenbahn da, kann man das mit dem Viech zerstören. Gut, das war es eigentlich jetzt soweit mit dem kleinen Guide. Torgast dürftet ihr alle wissen, wo das ist. Wir sind einmal im Schlund und quasi bei Venari können wir dann einmal nach Torgast rein. In welche Torgast-Teile ihr geht, ist vollkommen egal. Ihr habt gesehen, alle diese Endbosse können das quasi droppen. Das ist eine ganze Handvoll. Hat halt bloß eine ziemlich beschissene Drop-Chance. Gut, damit verabschiede ich mich für den kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und dann drücke ich euch die Daumen beim Nachfarmen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.